Und damit recht herzlich willkommen zur sechsten Folge Assassin's Creed Valhalla. So, weiter geht's auf Erkundungstour. Wir müssen hier noch einiges erledigen. Wir haben ja jetzt hier den nächsten Synchronisationspunkt freigeschaltet und uns hat einiges aufgedeckt auf der Karte, also ein Haufen Schätze, Rätsel und so weiter. Und wir haben hier oben noch einen Schatz. Den werden wir doch gleich mal schauen, ob wir den irgendwie krieken können. Er ist auf jeden Fall oben, also weiter. Der Pfeil da heißt immer über uns. Ich schreibe einfach mal da oben hoch. Ich mache mal das Bildmachtgerät an. Servus Leute! Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder ein Abo da. Alles sehr, sehr gern gesehen. Aktuell läuft ja auch gerade noch Ghost of Tsushima auf meinem Kanal, also könnt ihr auch gerne reingucken. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Auch übrigens ein richtig geiles Game. Haben wir auch circa, was haben wir noch verbracht? Gute 60 Stunden oder so, Spielzeit. Aber ich denke mal, dass hier wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein wird. Ich glaube, in Odyssey hatte ich damals um die 160 Stunden oder so. Okay. Haben wir doch schon wieder ein bisschen was. Ah, schaut schon echt geil aus. Vor allem, Leute, alles, was ihr hier seht, da kann man überall hin. Also das ist, da kann man überall hinreisen. Das ist schon heftig. Okay, jetzt schauen wir doch mal auf die Korde. Also hier oben hätten wir es jetzt so weit. Ich weiß nicht, vielleicht kommt auch später noch mal was. Ich würde ja sagen, obwohl wir könnten jetzt hier noch mal hingehen, da wäre ein Rätsel, wie weit ist das weg? 600 Meter, die Richtung. Okay, dann müssen wir aber hier runter jetzt. Das ist eh so krass. Das ist noch das Startgebiet. Und schon so viel zu tun. Das Hauptspiel spielt ja eigentlich in England. Von England ist doch noch überhaupt nichts in Sicht. Aber bei mir dauert es eh mal ein bisschen länger. Also ich lasse mir immer Zeit in so einem Spielen. Ich will es ja auch irgendwo genießen. Die kosten ja auch ein bisschen was, gell? Und da wird man sie ja nicht auf fünf Stunden durchspielen oder so. Ah, ist ja falsch. Ich kann mal ein Foto-Modus machen. Ich bin doch generell gespannt, wie es hier in dem Spiel mit der Währung ausschaut. Und ob man recht sparsam sein muss oder ob es später im Spiel halt leichter wird, irgendwas zu kaufen oder so. Oder aufzurüsten. Man braucht hier, glaube ich, Goldbahn oder so, um um die Waffen besser zu schmieden. Na, ich könnte eigentlich das Pferd nehmen, ja, aber ich weiß nicht, ich schaue mir das immer lieber gerne ohne Pferd an. Heftig. Schaut so geil aus. Leute, ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber obwohl es eigentlich was man auch noch sehen muss, die Spiele werden ja noch geiler irgendwann, weil es ist ja eigentlich schon, klar, bestätigt es auf der Playstation 5. Aber das Hauptspiel ist ja eigentlich für die PS4 und für die Xbox gemacht. Also das ist eigentlich bloß ein bisschen optimiert. Von den Texturen her so, aber es ist kein reines Next-Gen-Spiel. Ich glaube, dass die reinen Next-Gen-Spieler noch mal einen Zack geschärfer aussehen. Okay. Ich habe schon gemerkt, man muss diese guten Nahrung mitnehmen. 84 Meter ist unter uns. Ah, die Musik. Was ist das alles? Mein Leben. Die Früchte meiner Arbeit allesamt. Und jetzt fehlt mir die Kraft, sie von dieser Klippe zu werfen. Du hast alles hier hochgetragen, nur um es hinunterzuwerfen? Das Pferd hat das meiste bewältigt. Nur so kann ich mein Hab und Gut in die nächste Welt schicken. Meine Kinder werden mich nicht damit begraben. Sie sagen, sie wollen nichts davon. Aber ich weiß, sobald mein Licht erlischt, verkaufen sie es. Wirst du mir deine Kraft leihen? Wirf alles von der Klippe. Je weiter du wirfst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas die nächste Welt erreicht. Ah, ist das so, ja? Warum ist alles in Stroh gehüllt? Ich will nicht, dass irgendetwas kaputt geht. Da geht alles kaputt. Da drin ist ein Bogen, den mir Halfter an der Schwarze gab, weil ich König Sigtrück einen Pfeil unter den linken Arm jagte. Klingt nach einem guten Schuss. Ich weiß nicht, ob wir das richtig machen. Da drin ist eine silberne Speerspitze von König Harald, weil ich halfter ans gefrorene Leiche aus dem Rönt gezogen habe. So, und dann haben wir alles. Du hast etwas vergessen. Auf den Gedanken kommt es an. Danke für deine Hilfe. Das hättest du nicht tun müssen. Freundliche und mutige Menschen führen die besten Leben. Aber ihr Weg ist nicht immer der einfachste. Ich habe versucht, gut zu leben. Es reicht, dass die Götter das wissen. Selbst wenn der Name Harek Gant in Midgard vergessen wird. Und was wirst du tun, nun, da diese Aufgabe vollbracht ist? Vollbracht? Das war die Ankündigung für meine Ankunft. Jetzt verlasse ich diese Welt. Schönes Leben noch. Haben wir klar, dass die jetzt so unterspringen? Ach, Asgard! Was? Halt! Danke! Weil Thor's Hammer. Das war ein Schreck. Feldjagg ist abgeschlossen. Was ist das denn für eine Stadt? Okay, ja, da gehen wir aber nicht hin. Das ist so ein bisschen zu stark für uns. Ich glaube, wir gehen jetzt erst mal hier rüber. Nehmen wir uns das Pferdchen aber. Können wir ein bisschen Meter machen. Hü, mein Hütte, hü. Hü, mein Hütte, hü. Also eben tut mir hier nicht viel. Okay. Okay. Da weiß ich immer nicht, ob die feindlich sind oder nicht hier unten. Okay, die sind feindlich. Dieser Ort wird gut bewacht. Das sind drei Pfeile. Das ist, was ich? Überall das? Das war Abstand. Das war nicht. Das ist ein Geheimnis. Aber nicht. Ja, rüdet den Arzt, ich weide dich aus. Nein, ich habe keine Pfeile mehr. Oh, ich habe einen Pfeil bekommen. Nein, oder? Okay, wir kommen hier oben hoch. Oh, ich habe einen Pfeil bekommen. Okay, wir hätten von oben gleich rein können. Oh, ich habe einen Schlüssel. Ich brauche wieder Kohlebaren. Okay. 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 Schau mal hier runter. Sperrgebiet, ja. Aber ich hätte es ja eigentlich freigeschaltet. Komisch, das ist 280. Das wäre mir fast nicht rantraut. Dann kann ich trotzdem mal hingehen. Ich schätze halt mal, dass die uns dann... Warte mal, wir speichern mal. Ich schätze halt, dass die uns da... Also wenn der Gegner sein sollten... Ja, da sind wir natürlich One-Shot, das ist klar. Umkirken wir immer noch. Okay, Scheibe nochmal jetzt sehen. Wolfsrudel, vorwärts! Wolfsrudel! Sie rannten. Vier Krieger. Wie vier Klauen eines Raubtieres. Eine jede zum Töten geschaffen. Zum Vernichten! Ach du Scheiße. Ach so, das sind keine. Das sind Puppen. Sie kamen im Dorf an. Hatten Fackeln, Echse und Klingen dabei. Bereit für das Gemetzel. In den Krieg! Voller Blut und Kampfeslust. Zerschmettert die große Welt von Menschen wie Ton-Töpfe. Und jetzt? Beute! Oh, heule die Beute! Die große Wölfe führt ihren Beute mit Hacksilber. Sein Körper zersplittert beim Aufgreifen. Götter! Seine Knochen ragen aus der Haut! Seine Knochen zerbersten durch den Schlag! Deine Innereien werden jetzt zu Äußereien! Na ja, was willst du jetzt von mir? Ich weiß ja nicht, was ich jetzt will von mir. Na da oben sowas. Gemeinsam steht das Wolfsrudel im Schutt des feindlichen Dorfes. Nichts bleibt, außer Treib für uns und der glimmende Rest des Blutbares. Komm, große Wölfin, und knie nieder vor deiner Jalskona! Oh, ein erfolgreicher Raufzug! Ja! Dank deiner Hilfe wurde der Rabenclan endgültig vernichtet. Der Rabenclan, sagst du? Ja, wie in Jal Kürtwies Erzählungen. Eines Tages werde ich so sein wie er. Kommt im Stürbchen! Kommt im Rabenclan! Kürtwies Junge Krieger. Eines Tages sehe ich euch Wölfe auf einem anderen Schlachtfeld wieder. Wahrscheinlich. Gehen wir wieder in unsere Welt. 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 Gehen wir uns gar nicht an. Okay. Ich muss mich in Acht nehmen. Oh, da gehört die PAD dazu, ich kann mir nicht vorstellen. Okay, dann machen wir den Weg hierher. Ach, schaut das nice aus. Okay, ich denke mal das ist jetzt gegnerisches Gebiet. Ja, gegnerisches Gebiet. Dreckiges feiges Arzt bist du! Das überlebst du nicht! Okay, das heißt ich muss hier... Muss hier oben rauf. Na mit dem Bogen, das gefällt mir noch nicht so. Da müssen wir auch mal schauen, ob wir den irgendwie mal noch ein bisschen upgraden können. Ah, ich kann nicht speichern. Ich probiere es nochmal weiter vorne, da hinten. Ich probiere es nochmal. Wir machen dich einfach, Mütze! Ah! Ah! Was ist das? Wir liegen. Hört nur auf mich! Stern! Stern! Wir arbeiten zusammen! Wenn ich gibt, dann keine Ruhmwehre! Okay, oben gehen wir was plündern! Ich bin ein Blatt! Was ist das? 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 Okay. Wir schauen einfach mal. Du bist Wurmfutter. Du bist Wurmfutter. Du bist Wurmfutter. Du bist Wurmfutter. mit mir spadier wieder Geht's euch nicht reizen! Geht so her! Geht's! Geht's, der Freund! Hauge nicht! Nein! Oh! Nimm schön Fälle, Oding! Versuch von der Seite! Dein Leben gehört Oding! Was? Hier! Boah! Dann sauber nochmal durchgeschwungen Bei irgendwelchen Nahrung Geht's wieder, ne? Es ist ein... Holy moly. Ich schau mal ins andere Haus da rüber. Ja, zum Anfang lief es richtig gut, aber... Da gibt es wirklich schöne Nahrung. Ich kann gar nicht meditieren. Ich kann gar nicht mehr mit dem Weg gehen. Ich kann gar nicht mehr mit dem Weg gehen. Ich kann gar nicht mehr mit dem Weg gehen. Ich kann gar nicht mehr mit dem Weg gehen. Ich kann gar nicht mehr mit dem Weg gehen. Okay, wir müssen da rein irgendwie. Ich kann gar nicht mehr mit dem Weg gehen. Ich kann gar nicht mehr mit dem Weg gehen. Ich kann gar nicht mehr mit dem Weg gehen. Das ist ein Fuchs. Achtet auf Finden. Der stirbst du. Ja. Ja. Das ist nicht so schlimm. Stirb! Okay, aber wie komme ich jetzt in die Tür hier rein? Müssen wir irgendwie einen Weg rein geben? Dort oben? Okay, sehr schön. An Nahrung. Oh. Große Tour. Oder Baren. Zwei Fertigkeitspunkte. Oh. 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 oder so gibt dann ich schau nochmal in die Hütte hier rein, hier gibt es Essen wo kommen die denn alle her, sag mal das ist ein Patroule vielleicht gewesen wir sind jetzt hier noch, ein Haufen Gegner aber langsam wird es leerer sieht doch ein bisschen komisch aus hier ok 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 Mein Reichweite wäre schon geil, wenn es ein bisschen höher wäre. Eher nicht. Eher für dich. Schauen wir mal hier rüber. Vielleicht gibt es hier noch was schönes zu snacken. Das ist wie eine Kuh. Du, lasst euch nicht scheißen. Geduld, lasst ihn runter. Ich fölfe mich! Das ist ein kurzer Stamm, oder? Na, da oben würde ja nichts mehr sein, oder? Ja, oder? Das ist ein kurzer Stamm. Oh, hier ist ein kurzer Stamm. Materialien? Wie kommen die denn alle her? Sag mal! Ich hab doch da drüben vorher schon geklärt, jetzt. Ich hab doch da drüben vorher schon geklärt, jetzt. Ich hab doch da drüben vorher schon gecleatet. Spawn die hier nach oder was? Hey, Moment! Nimm das! Steh! Steh! Du gehörst vor dir! Wie fühltest du hier nachspawn irgendwie? Mistrauensgebiet, hä? Was ist Mistrauensgebiet? Hier haben wir noch was übersehen? Das müssen wir uns auf jeden Fall noch holen. Was heißt Mistrauensgebiet? Ich hab keinen Plan. Schauen wir mal ob hier die Mapse wieder da sind. Na klar, die spawnen nach! Das ist doch scheiße! Ah, wie kann ich das Gebiet denn säubern? Das verstehe ich nicht. 197 Meter. Spähe für mich in die Ferne, Süd. Na, da oben. Okay. Wir gehen mal hier hoch, Leute. Misstrauensgebiet. Okay. Ich bin hier. Okay, ich muss hier noch hoch. Misstrauensgebiet. Das habe ich auch noch nicht gehört, sowas. Buch des Wissens aufnehmen. Neue Fähigkeit. Helmhainz Jetson. Fähigkeiten. Mit Hilfe von Büchern des Wissens kannst du Fähigkeiten erlernen. Fähigkeiten sind mächtige Kampfaktionen, die Adrenalin kosten. Einige sind eher für den Nahkampf gedacht, andere für den Fernkampf. Du kannst bis zu acht Fähigkeiten gleichzeitig zugewiesen haben. Verbesserte Fähigkeiten. Wenn du zweimal das gleiche Buch des Wissens findest, wird die bereits erlernte Fähigkeit verbessert. Bücher des Wissens. Umso mehr Bücher des Wissens du findest, musst du in allen Gebieten nach Schätzen Ausschau halten. Du findest diese Bücher oft schwer bewacht von Klöstern oder Militärlagern. Nein, da sind wir ja gerade. In deinem Topsus schmettest du die Gegner zu Boden, wo du deinen Schlägen hilflos ausgeliefert sind. Drücke schnell abwechslend L1 und E1, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Zuweisen. Boah. Okay, schauen wir uns einfach an, würde ich sagen. Achso, E2. Okay. Ah, okay. Alles klar. Gut, dann schauen wir nochmal schnell darunter, warum wir, warum es ein komisches Gebiet ist. Hier ist ja keiner mehr, der angreifen kann. Aber wir waren doch gar nicht hier in dem Haus, dann, gell? Kommt man hier eigentlich rein? Wahrscheinlich nicht, oder? Das sieht nicht so aus. Zeigt mir darunter aber auch nichts an. Jetzt probieren wir, ob es hier oben noch einen Eingang irgendwie gibt. Überblicke das Land, Freundin. Hier spawnen wirklich immer wieder welche. Okay, scheint nichts zu sein. Ich gehe mal wieder runter. Schauen wir jetzt ein bisschen in dem Dorf noch um. Komisch, das ist das Sperrgebiet, dass wir das hier nicht aufheben können. Das waren die anderen eigentlich schon immer so. Wenn wir das Lager geklirrt hatten, war... Ja, war es ja geklirrt, ja. Da müssen wir irgendwie was Bestimmtes eventuell machen. In solchen Lagern. Ich weiß es nicht. Jetzt geht es dann gleich in das Misstrauensgebiet. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute, wenn ihr wisst, was man hier machen muss. Aber warum? Da sind es zwei. Oder ist es wirklich so wie in den anderen, wenn du so eine große Stadt einfach bist? 21 Meter, was ist hier? Einsammelnd. Schatzkarte eingesammelt. Ah, okay. Schleichen. Atemtatsschaden. Warum kann ich das nicht machen? Plus 5,3 Atemtatsschaden. Warum komme ich da nicht hin? Sprintangriff, ich verstehe nicht. Muss ich erst hier runter skillen, oder wie? Ich kann aber gar nichts erwerben gerade. Oder geht das jetzt gerade aktuell nicht, wer ich in dem Gebiet bin? Was? 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 Ich bin aber wirklich und dann bin ich in dem hart welchen Fall. Steht zusammen. Lasst keine Räume. Oh, was denn? Oh. Du bist nicht mehr Willkommen. Heftiger Scheiß. Heftiger Scheiß. Okay, jetzt machen wir aber wirklich Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, und wenn ihr Bock habt, natürlich, nächste Folge seid ihr auch wieder dabei. Wird mich sehr sehr freuen. Und genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ciao ciao, reingehauen. Euer Andi. Untertitelung des ZDF, 2020